Ich fühle mich ganz elend von der Hitz. Ach, ich finde es herrlich. Diese Gefahr. Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert. Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Ich war sofort fasziniert. Eine ganz neue Stimme. Die Stimme einer Frau. Ich denke jeden Tag an sie. Es wäre schön, wenn sie kämen. Tada! Sie ist innamorata. Und was will er von dir? Mich heiraten. Versprich mir, dass du nie wieder unglücklich sein wirst. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Du machst aus mir noch ein Dandy. Ich ziehe mich danach gleich wiederum. Der war der Mann. Von mir haben sie die Blumen. Wir hatten einen Pakt. Und was du machst, ist Verrat. Ich brauche die Morgen, um zu arbeiten. Und ich arbeite nicht. Ich glaube, den Eindruck wäre es selten. Ja, weil deine Kalaschenkopf mich wahnsinnig macht. Ich halte sie ja nicht mehr aus. Das heißt, du hältst es von mir nicht mehr aus. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Du sagtest heute in deiner Rede, die Wahrheit ist den Menschen zu mutbar. Dann hast du mir ja doch zugehört. Ich habe ihn nicht mehr aus.